so sind wir jetzt 66 hier so mit dem spiel my big sister angezockt ja aber irgend so ein spiel irgendwo ein angebot halt Playstation 4 und tja komm mal was für 60 cent holt man immer mit sonst würde es nur 5 bis 10 ohre sogar noch kosten also 10 euro für bestimmte bezahlen 5 euro glaube schon nicht naja sieht zwar so aus jetzt so cool hier so wie früher sub nintendo nes tja rollenspiel mäßig aber Mystic Quest ja wäre schön naja auf jeden fall ein bisschen horror mäßig die die story aber sonst geht nur darum auf jeden fall gibt es auch viele Trophäen also 50 stück oder so glaube ich ja auf jeden fall ich weiß nicht wie ich die die ich jetzt hier gemacht habe überhaupt kann sein dass die gleiche andere Stellen kommen auf jeden Fall muss man immer wieder irgendwie zuerst dahin laufen dann dahin dann wieder zurück dann wieder dahin oder was wie immer irgendwelche Gegenstände finden Schlüssel oder ein Kram dann die Tür öffnen sonst ein Artefakt eine Maske finden oder eine Medaille und hier irgendwo einsetzen oder irgendein Kram halt machen eigentlich wäre packbar ich habe aber nur so ein bisschen gespielt so eine Stunde oder anderthalb andere haben in der Zeit durchgepackt weil ich auch habe ich mir auch angeguckt wie die Trophäen da gemacht hatten naja habe ich nichts hingekriegt kein bock darauf lesen und der ganze kack in mir herlaufen wie geht es so weit überhaupt nicht ab kein stück geht mir ab wie wäre ich nicht niemals voll so naja trotzdem mal gezockt bezahlt bezahlt naja also ich habe doch gelöscht machte ich schmattern mit nochmal nochmal runterladen nur wenn ich da Platz hinkrieg dafür habe ich keinen Nerv dafür hat mir jetzt spiel schon zu viel von meiner Seele mir geraubt vielleicht noch Bock habe gehört weil sie spielen ehrlich gesagt naja das macht mir ja geil ähm tja Daumen mit dem Match bis nach unten naja wer soll sich holen ich hol mir auf jeden Fall nicht nochmal so so könnt euch gerne auf der Rest noch hier vom Video angucken und ähm tja sag ich mal wenn ich noch schön mit haben nächstes Mal hier entschließt jetzt weiter mitgehe bis dann dibujbar 20 mal Abonniu exig이면 bis 40 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020